Eine Minute nach elf. Hört man das? Doch, hört man. Wir legen los. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen im zweitbestbesuchten Workshop-Format diesen Morgen. Die Referenten scheinen etwas Interessantes angepriesen zu haben im Programm. Ich habe etwas Vorsprung, ich weiss, dass es interessant werden wird. Wir haben heute Morgen jetzt drei Formate, dreimal eine halbe Stunde. Wir werden zu Beginn mal darüber sinnieren, was das überhaupt ist, Abhängigkeit von IT-Anbietern. Wir haben diesen Titel jetzt mehrere Jahre gewählt gehabt, aber eigentlich nie darüber uns Gedanken gemacht oder nie ein Referat dazu gehabt, was ist das eigentlich, woher kommt es. Da freut mich das erste Referat, das dann in Kürze beginnen wird. Dann werden wir einen Blick aus der Agenturwelt haben, also die Anbieterschaft, die mit öffentlicher Beschaffung zu tun hat und eben liefert. Und in diesem Zusammenhang eben auch Abhängigkeiten aufzeigt oder zeigt, wie es anders oder vielleicht besser gehen könnte. Und am Schluss haben wir ein Referat von zwei Vertretern aus kantonaler und Bundesperspektive, wo es eben auch darum geht, was bedeutet das aus der Perspektive der Vergabestelle. Ich will nicht wahnsinnig viel länger sprechen, vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich vertrete hier CH Oben als Mitveranstalter der Beschaffungskonferenz. Und bitte jetzt, Karolin Kiselev, auf die Bühne. Wir haben mit Frau Kiselev jemanden, der unter die Haube geschaut hat und untersucht hat, was es eben bedeutet, Abhängigkeiten in der IT-Beschaffung. Und the floor is yours, Karolin. Ja, also vielen Dank für die Einleitung, Gerhard. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich war letztes Jahr schon hier im agilen Track allerdings und habe dort mit meinem Kollegen Dominik Sunic ein bisschen über die Möglichkeiten der Beschaffung in agilen Projekten diskutiert und neue Lösungen vorgeschlagen. Und jetzt bin ich hier zum Thema Abhängigkeiten in der Beschaffung und vor allem von IT-Lieferanten und Produkten und Dienstleistungen. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin Doktorandin am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen und beschäftige mich dort vor allem mit Projekterfolg, Erfolg von grossen IT-Projekten. Und die Beschaffung ist vor allem in öffentlichen Projekten sehr zentral und daher bin ich an das Thema herangekommen. Die Ausgangslage war bei uns so, dass wir gesehen haben, dass es eine zunehmende Digitalisierungswelle gibt, die eigentlich nicht abnimmt. Es geht immer weiter. Es werden immer mehr veraltete IT-Systeme abgelöst, im öffentlichen Sektor, aber auch im privaten Sektor. Und dann entstehen natürlich Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen und damit verbunden, wie mit jeder solchen Beziehung, gegenseitige Abhängigkeiten. Das ist natürlich auch auf den Radar von vielen anderen Personen gekommen, dass da sehr viel passiert. Und wir sind dann vom Bund beauftragt worden, eine Antwort zu liefern auf das Postulat Weibel und dafür eine Studie zu entwickeln, wo es darum geht, die Abhängigkeiten, die bestehen, von IT-Anbietern und Leistungen zu analysieren, zu kategorisieren und zu bewerten. Und wenn man das dann weiss und kennt und einen Durchblick hat, kann man dann Massnahmen ableiten. Und das haben wir dann auch versucht. Und diese werde ich Ihnen auch im Laufe dieses Referats vorstellen. Und dann vielleicht ist das auch ein guter Start, um nachher zu diskutieren. Die Studie habe nicht nur ich gemacht, sondern ich habe die zusammen gemacht mit Dominik Sunic. Das ist ein Jurist. Peter Rohner, der war auch schon hier. Das ist Professor, das ist mein Betreuer von der Dissertation. Und Rolf Pless, das ist ein Praxisvertreter. Also wir haben geschaut, dass wir in der Studie Leute aus der Praxis und auch Leute aus der Wissenschaft zusammenbringen. Wie sind wir vorgegangen? Da das ganze Thema Abhängigkeit ziemlich komplex ist und auch eigentlich ziemlich gross, haben wir uns entschieden, das global anzuschauen. und mal vier Untersuchungsstränge aufgesetzt. Mal einen rechtlichen, da wollen wir schauen, was ist eigentlich der rechtliche Hintergrund, wie sieht das aus, die rechtlichen Aspekte der Abhängigkeit. Dann technischen, dann organisatorischen und wirtschaftlichen. Wir haben das Ganze qualitativ gemacht, weil wir das Phänomen Abhängigkeiten in seinem Gesamtkontext verstehen möchten. Ein grosser Bestandteil der Studie waren Interviews. Also wir haben mit verschiedensten Leuten aus der Bundesverwaltung vor allem Interviews geführt und ihre Meinung gefragt, ihre Ideen, ihre Inputs abgeholt, um dann auch vor allem Handlungsfelder und Massnahmen zu identifizieren. Am Anfang haben wir uns mal angeschaut, was sind eigentlich die Ursachen von Abhängigkeiten. und da unterscheiden wir einfach in Ursachen, die eher von der Anbieterseite kommen und Ursachen, die eher von der Nachfrageseite kommen. Weil am Ende ist es ja ein Markt und wenn dort ein Ungleichgewicht besteht, entstehen Abhängigkeiten und das Risiko für Abhängigkeiten ist grösser. Jetzt anbieterseitig heisst das, vor allem wenn es wenige Anbieter einer Leistung gibt, entstehen Abhängigkeiten. Oder wenn es eine grosse Marktmacht gibt von einzelnen Anbietern. Dann aber auch Geschäftsmodelle. Geschäftsmodelle können auch Abhängigkeiten auslösen, vor allem wenn es darum geht, wenn Leistungen gebündelt werden oder bezogen auf Lizenzmodelle. Und dann werden oft auch Standards vorgegeben. Das geht dann mehr in die technische Richtung, wo eben dann der Anbieter etwas vorgibt und man ist abhängig vom Anbieter oder man wird abhängig, wenn man sich darauf einlässt. Nachfrageseitig gibt es oft das Problem, dass die Anforderungen sehr spezifisch gestellt werden. Das heisst dann, dass man eben nicht mehr so viel Auswahl hat und dann beschränkt man selbst als Nachfrager den Markt. Dann auch von der IT selbst her, wenn das System nicht so modular aufgebaut ist, wenn man nicht einzelne Komponenten beschaffen kann, wenn man immer ein Riesending beschaffen muss, dann hat man auch weniger Auswahl in dem Sinn. Und eine andere Ursache sind auch fehlende Kompetenzen von Mitarbeitern auf beiden Seiten, sowohl auf IT als auch auf der Beschaffungsseite. Das heisst, oft ist sehr viel Wissen da, aber man bringt das irgendwie nicht zusammen und dann findet man nicht die ideale oder optimale Lösung. Und was noch dazu kommt, oft entstehen auch Abhängigkeiten, wenn die Investitionskosten hoch sind oder die Projektkosten generell. Das heisst, man möchte dann nicht eine Beziehung beenden, weil es eben schon so viel gekostet hat. Und dann bleibt man oder begibt man sich Halt in diese Abhängigkeit. Dann haben wir verschiedene Abhängigkeitstypen identifiziert. Es sind hier fünf technische, betriebliche, rechtliche Abhängigkeiten bezogen auf Kompetenzen und wirtschaftliche Abhängigkeiten. Das sind einfach so Perspektiven auf Abhängigkeiten oder auch Orte, wo Abhängigkeiten sind. Also wenn man technisch anschaut, ist es vielleicht irgendwo, wo die Schnittstellen vorgegeben sind oder wo es Kompatibilitäts- oder Integrationsvorgaben gibt. Oder betrieblich, wenn zum Beispiel Mitarbeitende einfach nur mit irgendeinem System arbeiten können und nicht mit einem anderen. oder wenn Standards auch von einer Organisation eingehalten werden müssten. Zum Beispiel bezüglich Sicherheit. Und dann muss einfach jemand, ein Anbieter oder ein Produkt gewählt werden, der das sicherstellen kann. Und dann natürlich rechtlich, ganz zentral. Da wird man über Verträge abhängig, Lizenzen oder auch andere rechtliche Rahmenbedingungen allgemeine Geschäftsbedingungen. Kompetenzen, das bezieht sich auf Lieferantenseitige Kompetenzen. Das heisst, es gibt oft Situationen, wo man abhängig ist vom Lieferanten, weil er die Prozesse so gut kennt oder besser als andere. Vielleicht sogar besser als man selbst. Das wäre ganz schlecht, aber es kann durchaus vorkommen, wenn man das ausgelagert hat. Oder eben halt auch typisch bessere Kenntnisse über das System selbst, den Betrieb und so weiter. Dann bei wirtschaftlichen Abhängigkeiten geht es vor allem um die Kosten. Investitionsbetriebs- und Ablösungskosten, das heisst die Wechselkosten. Man ist abhängig, weil die Wechselkosten so hoch sind. Dann bleibt man. Und diese verschiedenen Typen von Abhängigkeiten sind unterschiedlich ausgeprägt in den IT-Warengruppen, die wir für uns mal definiert haben für diese Studien, und zwar Hardware, Software und IT-Dienstleistung. Ich werde nachher noch kurz einen kleinen Einblick in die Resultate darin geben. Dann haben diese Abhängigkeiten natürlich Auswirkungen. Zum einen, das habe ich schon ein paar Mal jetzt betont, eben auch wegen den Ursachen, entsteht eine Einschränkung der Auswahl an Lieferanten. Produkte und Dienstleistungen. Das schränkt natürlich dann den Entscheidungsspielraum ein und man ist nicht mehr so flexibel. Was auch passiert ist, dass schlechter geliefert wird. Es ist ja nicht so, dass die Anbieter das nicht wissen, dass man abhängig ist von ihnen. Oft ist das denen bewusst und dann strengen sie sich vielleicht nicht mehr so an. Dann entstehen auch höhere Kosten und Preise für Leistungen, weil die genau wissen, dass man sie braucht, also können sie auch mehr verlangen. Dann sind die Wechselkosten natürlich immer ein Thema, wenn man abhängig ist. Die sind auch wahnsinnig schwierig zu berechnen. Man muss ja alles einbeziehen. Wo fängt man an? Die Messbarkeit und Abhängigkeiten sind sehr schwierig. Und dann gibt es auch oft das Risiko, dass interne Kompetenzen verloren gehen, wenn man alles mit einem externen macht oder ihn machen lässt. Und dann wird man so immer abhängiger von den Kompetenzen und vom Wissen her intern. Und dann, was auch jetzt in den Interviews ein paar Mal vermerkt worden ist, dass eben auch die Innovationskraft abnehmen könnte. Und das hat auch damit zu tun, dass die Lieferanten, die ja wissen, dass man abhängig ist, dass sie sich dann nicht mehr so anstrengen. Oder eben auch, wenn das Know-how intern immer mehr nach aussen läuft. Was ich hier noch vermerkt habe unten, ist eben, dass das Bewusstsein über Abhängigkeiten und deren Auswirkungen vor allem stark gestiegen ist. Das haben die meisten Personen, mit denen wir gesprochen haben, gesagt. Das ist sicher gut und ich denke auch nötig, um in der Digitalisierung weiterzufahren und eben all die alten Systeme erfolgreich abzulösen und neue Beziehungen einzugehen. Wir haben auch einen Blick auf private Organisationen gerichtet. Grundsätzlich sind die nicht besser vor Abhängigkeiten geschützt. Der Unterschied liegt vor allem in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Also eben, sie haben weniger oder keine Handlungsbeschränkungen durch das öffentliche Beschaffungsrecht. Sie haben weniger vom Gesetz her verursachten Aufwand und vielleicht auch weniger Druck aus der öffentlichen Diskussion. Weil es sind dann andere Gelder, die potenziell verschwendet werden oder an die falschen Lieferanten gezahlt werden. Was noch interessant war zu sehen, ist, dass es doch, auch wenn man zu Beginn meint, ja die Unterschiede sind riesig, ziemlich viel Potenzial gibt, voneinander zu lernen. Also beidseitig. Ich habe sehr viele Best Practices gesehen, die sehr gut passen, um mit Abhängigkeiten umzugehen, die sowohl im privaten Sektor passen, als auch im öffentlichen Sektor. Und ich glaube, das ist wichtig, vor allem wenn man die Abhängigkeiten reduzieren möchte und Möglichkeiten sucht, dass man nicht nur im eigenen Sektor schaut, sondern auch mal in den anderen Sektor. Hier ist gerade noch ein guter Zeitpunkt um das öffentliche Beschaffung hinsichtlich Abhängigkeiten. Wir denken, das öffentliche Beschaffungswesen ist sowohl Ursache und Treiber als auch Chance im Bereich Abhängigkeiten. Also sicher ist es so, dass das Beschaffungswesen die Flexibilität einschränkt. Und oft wurde uns gesagt, dass dadurch, dass man, wenn man dann einen Zuschlag erteilt hat, man in diese Beziehung kommt und irgendwie nicht mehr von dieser loskommt, dass man dann irgendwie wie ausgeliefert ist. Und darum ist man abhängig. Und dann ist man abhängig. Aber es ist natürlich nicht nur das. Das sind ja auch noch andere Dinge. Und man kann auch abhängig werden, wenn die Beziehung anders entsteht. Aber was da noch dazu kommt, was wir identifiziert haben als Treiber, ist der hohe anbieterseitige Aufwand zum Teil, wenn man da mitmachen möchte in einer öffentlichen Ausschreibung. Und so kann es zu einer Wettbewerbsreduktion kommen, weil sich dann natürlich weniger bewerben. Und die Chance ist, dass man während der Beschaffung schon über passende Instrumente, über richtige Entscheidungen, über Überlegungen, die man sich macht und dann Massnahmen, die man ableitet, auch schon die Abhängigkeiten vorsorglich reduziert. Also wenn man da den richtigen Beschaffungsdesign auswählt, hat man ziemlich gute Möglichkeiten, schon in dieser Phase zu schauen, dass es nicht zu schlimm wird mit den Abhängigkeiten. Aufgrund der Zeit möchte ich jetzt nicht mehr auf alle Resultate oder Muster der identifizierten Abhängigkeiten pro Warengruppe eingehen. Wir haben da unterschiedliche Abhängigkeiten identifiziert. Die Slides sind ja online, Sie können sie gerne anschauen und die Studie gibt es auch auf Anfrage. Dann können Sie das noch genauer nachlesen, was wir dort pro Warengruppe herausgefunden haben, was dort die Abhängigkeiten sind und vor allem auch, was die Auswirkungen und Risiken sind. Dann gibt es auch typische Geschäftsfälle, zum Beispiel ein Technologiemonopol, internationale Softwarelieferanten, das ist so das Typische, das uns immer wieder genannt wurde. Dann gibt es den Geschäftsfall teure Einführungsprojekte. Das bezieht sich sowohl auf fachspezifische als auch auf standardisierte Lösungen, wo dann halt vor allem auch das Projekt selbst sehr stark vom, oder der Projekterfolg sehr stark vom externen Anbieter abhängig ist. Und dann der dritte Geschäftsfall, den wir identifiziert haben, ist der Leistungsbündel, der oft vorkommt. Eben, dass Hardware, Software, IT-Dienstleistungen, alles kombiniert wird, dass gewisse Anbieter eigentlich nur das Kombipaket anbieten und dann Redundanzen entstehen oder eben auch Synergieeffekte fehlen, weil es irgendwie Doppelspurigkeiten gibt. Hier ist vielleicht noch zu sagen, dass sobald so ein Geschäftsfall läuft, ist es ziemlich schwierig, wieder günstig da rauszukommen. Dann haben wir uns noch angeschaut, was sind denn eigentlich die Probleme, wenn man mit so Abhängigkeiten umgehen möchte oder wenn man die reduzieren möchte. Und da ist jetzt im Blick auf die Bundesverwaltung das hier rausgekommen. Also eben, es gibt Zielkonflikte, die zu beachten sind in der Beschaffung. Man hat Abhängigkeitsziele, also meistens ist das Ziel, man will einfach die Abhängigkeit reduzieren, aber dann gibt es auch Beschaffungsziele wegen der Wirtschaftlichkeit und noch weiter. Und dann gibt es auch Ziele in der IT, irgendwie mehr Standardisierung. Und wie bringt man das zusammen? Das heisst, man muss irgendwie jeden Einzelfall wieder beurteilen. Dann gibt es auch Schwierigkeiten in der Identifizierung und Messbarkeit von Abhängigkeiten. Ich habe das vorhin schon angetönt, die Abhängigkeiten sind wahnsinnig schwierig zu messen. Also nicht alle, vielleicht die wirtschaftlichen jetzt nicht, die Kosten kann man vielleicht noch so ein bisschen aufsummieren, aber andere, wie bringt man das dann zusammen? Dass man eine ganzheitliche Beurteilung hat. Wahnsinnig schwierig. Wenn Sie da eine Lösung haben, können Sie die gerne teilen. Ich glaube, das interessiert sehr viele. Und dann gibt es halt auch Wissenslücken und Kapazitätsmängel in der Beschaffung. Oft fehlt irgendwie die nötige interdisziplinäre Herangehensweise von Anfang an. Also wenn man weiss, man startet so ein Beschaffungsprojekt, dass man wirklich Leute zusammenbringt und dazu bringt, offen zusammenzureden, die halt die verschiedenen Know-hows mitbringen, rechtlich oder technisch, organisatorisch. Und dann haben wir auch gesehen, dass es halt oft an interner Transparenz fällt. Dass die Leute nicht miteinander sprechen, dass man nicht voneinander lernen kann, dass man nicht sieht, was läuft. Und das wäre halt eine Voraussetzung dafür, wenn man zum Beispiel sich zusammentun möchte, wenn man gemeinsam eine stärkere Position beispielsweise vor Lieferanten aufbauen möchte. Jetzt hier noch ganz kurz zu den Best Practices. die haben wir identifiziert im Bereich Technologie und Beschaffung. Ja, bei Technologie ist es halt in der ersten Linie mal am Anfang der Entscheid, wollen wir es selber machen oder nicht. Wenn man es selbst macht, ja okay, dann ist man wahrscheinlich nicht so abhängig. Aber es ist auch schwierig, weil man die Kompetenzen nicht hat meistens. Und dann kann man auch über Modularisierung der IT-Landschaften und Systeme die Abhängigkeiten probieren zu vermeiden, weil man dann Komponenten einzeln austauschen kann. Und eben der Einsatz offener Standards und Open-Source-Software, das ist dann das, was wir jetzt dann gleich bei den nächsten Referaten kennenlernen werden. Und in der Beschaffung gibt es auch Möglichkeiten. Zuerst mal die Professionalisierung der Beschaffung und das Lieferantenmanagement. die dann helfen, die Abhängigkeiten zu identifizieren und zu beurteilen. Und wenn man zum Beispiel schon in einer ungesunden Beziehung mit einem Lieferanten drinsteckt, dass man dann dort die Beziehung besser pflegt. Das sind auch Strategien, die angewendet werden, vor allem auch in der Privatwirtschaft. Dann gibt es noch Multi-Vendor und Dual-Vendor-Strategien. Die kennen Sie sicher auch. Rahmenverträge. Und eben die Bündelung von gleichgerichteten Beschaffungsbedarfen um eine bessere Verhandlungsposition aufzubauen. Und dafür müssen Voraussetzungen geschafft werden. Die hatten wir hier aufgelistet. Aber da die Zeit um ist, beende ich jetzt hier meinen Input zu Abhängigkeiten generell, so im globalen Kontext und weise Sie noch gerne darauf hin, dass die Berichte – oh, jetzt sieht man das nicht. Die Links sieht man jetzt hier leider nicht, aber im PDF, das online ist, sehen Sie es. Also den Studienbericht können Sie auf Anfrage bei mir bestellen. und den Bericht des Bundesrats ist online, das ist hier verlinkt, aber leider sieht man es wegen dem Grün nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Carolin. Wir haben sicher Zeit für ein, zwei Fragen. Die ganz erste, die habe ich. Ich habe heute Morgen gehört, Misserfolg und das ist der Zusammenhang auch von Abhängigkeiten, von schwierigen Projektsituationen. Es Mönschel hat die Regierungsredin gesagt, müssten wir einfach nicht besser untervetteren Beziehungen haben, und dass es besser wird. War das kein Vorschlag? Nein, das geht natürlich nicht. Aber es ist schon so, dass es oft an den Menschen liegt und daran, wie man miteinander kommuniziert. Aber man darf da nicht, man muss offen bleiben, man darf nicht seine Freunde bevorzugen, das ist natürlich nicht gut. Aber vor allem intern, intern ist es ja vor allem wichtig in Projekten, und dass es auch dort funktioniert, dass man dort sich klar ist, was man braucht und dass man dort jetzt eben in Beschaffungsprojekten das beste Know-how zusammenbringt und alle miteinander sprechen und eben auch die Zielkonflikte sehen. Bestens eine Frage? Ich denke, für eine bis zwei reicht es. Da ist eine. Ciao, Caroline. Was war dein Resümee aus dieser Arbeit? So in einem Satz? Ich war ja einer der Interviewer und ich möchte gerne etwas mitnehmen heute. Ja, also für mich oder für uns alle war das Projekt wahnsinnig spannend und es war vor allem spannend zu sehen, dass das ganze Thema Abhängigkeit viel komplexer ist, als man vielleicht von Anfang an denkt. Es geht eben nicht nur um die technischen Abhängigkeiten, es geht nicht nur um die rechtlichen Abhängigkeiten oder um die wirtschaftlichen, sondern es geht irgendwie um das Gesamtpaket und man muss mit allen Abhängigkeitstypen irgendwie Zugang kommen. Das ist das. Jetzt habe ich hier noch eine letzte Frage. Jese Benecke, ich komme aus Deutschland, etwas andere Landschaft, aber im Föderalismus sehr ähnlich. Ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ist Zentralisierung des Beschaffungswesens oder Einkaufs im Hinblick auf Abhängigkeiten für Sie hilfreich oder eher ein Problem? Ah, das ist eine gute Frage. Verstehen Sie, worauf ich hin... Ja, ich verstehe, worauf Sie hinaus möchten. Also ich, es ist schwierig zu beantworten, was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist, dass irgendwo das Know-how verfügbar ist, wo dann die Beschaffung durchgeführt wird oder der Einkauf durchgeführt wird. Ich glaube, nicht so wichtig, aber es ist wichtig, dass die Leute, die die Informationen brauchen oder die, um die Abhängigkeiten zu beurteilen, irgendwie das Know-how brauchen von anderen Fachstellen, von anderen Disziplinen, dass die irgendwie das kriegen und dass man zusammenkommt. Aber ob jetzt das zentral organisiert ist oder dezentral, das würde ich jetzt mal sagen, kommt nicht so drauf an. Besten Dank. Die Zeit ist um. Herzlichen Dank. Karolin noch mal einen herzlichen Applaus. Applaus Lachen. Vielen Dank.